So, dann legen wir mal los. Magdalena wird im Hafen nur Lena gerufen. Ja, ich bin super gerne hier, weil ich tatsächlich ja auch nur männliches Publikum habe. Und die sind im Gegensatz zu uns Frauen doch eine Ecke pflegeleichter. Aber so bin ich natürlich Frau Kaiserin und habe hier ganz viele Könige sitzen. Hier darf ja auch keiner hinter, nur ich und kein anderer. Also bin ich hier die Mächtige. Lena kennt die meisten ihrer Männer nur mit Vornamen. Das Du gehört dazu. Bitte schön. Danke. Sehr gerne. Immer an deinem Lieblingskisch. Du musst dich nicht verstellen, du musst nicht irgendwie einen Kunden anschleimen, dass er auch was kauft oder auch nicht kauft. So ist schon schöner. Also der Hafen ist schon super unkompliziert.